ja willkommen mein Name ist Anirol P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles in der letzten Folge haben wir es ein bisschen geschafft hier weiter zu kommen wir müssen immer noch die Basis hier einnehmen und Savaria muss man auch noch irgendwie kaputt auch noch wo ich überhaupt keine Ahnung hab wo die jetzt gerade ist und ja läuft noch gut bis jetzt bis jetzt wo Savaria das macht mich jetzt irgendwie nervös ist was müssen wir noch wir müssen den Typen hier erledigen weil der geht mir auch von Nerven und die hat ja auch Gott die hat die mir geheilt Na Lago Mach doch den Typen mal kaputt der geht mir auch von Nerven ich will den nicht ich hab doch mal so einen Plan irgendwie da eigentlich so da rum mit der Shamrock Machen wir das doch mal So Done We cannot enter You kidding me Ich hole den mal raus Wieso kann ich hier nicht lang was soll der Scheiß weil der Welt verächtigt ist die Typen hier vor dem Tag kaputt habt ihr eigentlich einer Klatsche auf dem mal deren Panzer gesehen und dann meinen wir machen gleich mit Elias und nehmen uns den Typen von hinten vor Au 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 So ein bisschen Glück und das Ding da müssen wir doch sehen irgendwie Warum nicht Wir haben keine Munition Nein Warum Irgendwie hab ich hier eine Zwickmühle Boah Hälscher mach mal Tor auf Ich weiß nicht was ich jetzt tun soll Ich weiß nicht was ich jetzt tun soll Wo ist die Wo ist die Wo ist die Wo ist die Da geht Tank an der Ruppe Da ist doch eine gute Idee Wo ist die Da ist die Da ist die Da hinten ist die munition ganz ehrlich ich weiß ich habe den schon ein bisschen oft eingesetzt aber warum nicht wollen wir da ein ingenieur claudia ja der ist genau mit der ich auch noch mal schraub schraub und zack zack und kling klingen weiß schon was ich meine das ding kann es auch mal entfernen da sind irgendwelche einheiten da richtig blöd positioniert gehen da schon hat es war ein ding wir sind gerade richtig blöd positioniert ich habe eine idee edelweiss ich habe gerade ein ding entfernt herr ist ungefährlich nicht ob der sniper kommt bei uns weil der ist runtergefallen wir sind verarschen ist so eindeutig runtergefallen so wenn wir mal schnuppern ich glaube ich muss noch mal operieren du musst mal versuchen den panzer zu kriegen er war willst du dann versuchen ihn kaputt zu kriegen aber schon noch gefallen ja haha wie macht er hat das gruselig kevin du kannst versuchen den typen zu erledigen glaube ich aber du kannst ja nicht erledigen glaube ich nicht so jetzt gar nicht mehr so viele leute ich weiß nicht was ich machen soll gerade mal sinnlos töten hei stehe ab verdammt warum nicht was genau erdukt sich das löst all deine probleme ne kevin fängt jetzt jeden ab der leichter vorbeikommt samt planer ist ein plan so ein schöner unten sondern du mal mit der ist noch ein bisschen was erledigen warum war er immer noch eine mine da ist auch eine mir was bin ich nicht eingetreten wie männer hasser das hat das so bedeuten da ganz neue seiten die ich entdecke alle schweißer unten da musst du dahin gehen so viel dazu dass die scheiß in gefahr ist irgendwie nicht mehr also die seite dominieren wir irgendwie aber die rechte seite da haben wir probleme geht überhaupt nicht claudia wohl welt richtig blöd ich habe vergessen hat nein rufe nicht noch mehr kommt die näher ist so weckt aber wir wollen die bundes um okay wir müssen alle weg marschieren wir uns umbringen dann kommen wir mal näher er warte mal wenn ihr da weg ist dann können wir locker die basis einnehmen die schocken jetzt einfach da rein stürmen die basis einnehmen er ist ja wunderbar oh gott was zum teufel sie sind kaputt jetzt müssen wir eigentlich nur den erledigen und die basis einnehmen online ersetzliche bewegung ja ja bleibt so bleibt so nein umdrehen wieder ein drehe ich wieder um verdammt das macht es da aber nein ich schon wieder die shamrock jetzt können wir ihn besser ordentlich die shamrock oh nein okay die seite geben offiziell auf den nerven so alicia geht da rein sofort in die verkackte basis ein den ganz meinetwegen auch noch töten meinetwegen hat man konnte man die lichter ausschießen wenn ich so ja wenn sie waren uns ein bisschen abschließt dings ja einnehmen und fertig so ich habe trotzdem nicht volle möhre da reinstellen habs die verstärken wo das mal abgeknüpft so jetzt nur die eine basis übrig jeder verkackte panzer ja unser war ja natürlich claudia gehen mal da rein wir brauchen hier irgendwie unterstützung da muss die shamrock reparieren und die minen entfernen und ja irgendwie alles am fahrer nicht umgedreht bleiben hallo so eine gute position und da sind zwei wobei aber was soll es von klang klang du schaffst es doch noch bis dahin oder du schaffst es bis dahin du schaffst du schaffst du weg ist ein so hoffentlich ja jetzt müsste es ein paar stehen aushalten ja genau da wurde auch noch munition ich werde jetzt auf gut glück einfach nur auf das fiecht drauf ballern ja noch noch dreimal also drei zügen noch wer das gedacht so claudia immer ganz schnell dadurch nein da kriegst du zurück obwohl du jetzt glaube ich auch nehmen aus dass du nicht einmal daneben treffen nur noch einmal daneben trifft ne ja was dann und dann wo ist claudia hier ja danke für die munition und wieder hier wird alles perfekt wunderbar so dann diesen aber mit der shamrock wieder zurück er kann ja nicht dadurch auswirken und jetzt kommen wir durch na doch mal wie die ja stehen so ein paar kegel haben wir sie alle erledigt nein einer hat überlebt verdammt wenn wir den panzer allerdings einnehmen so können wir mit dem panzer auch so weit einnehmen warum nicht so wäre du gehst jetzt gleich zu meinen truppen da rein hier drin versammten verdammt jetzt kommt auch noch verstärkung ich idiot da wird nicht verbringen ich bin schon alles so ausgelöscht und erobert habe weil so lange bis jetzt nur noch sabara übrig ist dürfen wir 15 minuten schaffen oder oder ist verdammt weit in die basis sonne wenn gesicht gefangen kevin nein geht da nicht rein geht da nicht rein böser böser sniper da kriegst du zurück noch mal weil ich darauf nicht ein los schießen ab jawohl gut so es ist gleich wieder da rein und die oma sagt noch mal und die haben keinen bock mehr okay sie war ja auch kein bock mehr jetzt schon lange keinen bock mehr aber wir können jemanden noch rufen vernamt ist okay ist okay so was haben wir ja nur noch wir haben nur noch silvario und den panzer glaube ich so kann ich irgendwie hat dinge da taunen radiator ein bisschen so dass sie irgendwie keinen bock mehr hat was zu machen nutzt man hat mal eiskalt aus den holen wir denn jetzt also nicht immer muss der tor ja noch aufmachen man ich habe eine idee stelle ich mal irgendjemand davor so dass man sich mal abschießen mit einem flammenwerfer jetzt gefallen möchte ich mal treffen könnte irgendwann das ist ein bisschen gebracht irgendjemand muss jetzt hier eingehen die basis einnehmen nennt sich schaffst du das so ja schon muss jetzt gut positiv jetzt sein jetzt weg da ich mach mal oh gott hi rosie wie lange wollte die mich denn noch warten lassen was soll man hingegen die machen wollen die konnte da wahrscheinlich noch ne bei jedem schuss im abkriegen so mal einfach so stehen ich warum die dafür aufstehen müssten so jetzt nur noch im panzer und silvario so ich würde am besten sagen wir gehen mit der edelweiß auf der varia los dann dürfte ja keine chance so irgendjemand muss sich von ihnen anschleichen mit kann jan irgendwie am besten okay naja dafür glaube ich nicht noch war sein ahaha was kannst du mal aufhören zu schießen haben wir ja gut geht immer über die edelweiß bist du denn aufs maul so ich bist nur du übrig silvario na ich habe das keine panzer brauchst oder so bei er sich da richtig eingekauert mir schon fast bleibt sondern auch daran denken sie kann sich noch heilen wenn der ist und dreck was ich bin ich mal etwas in geduld so herzige möglichkeit jetzt hier noch zu gewinnen ist also für die ja als ihre pp sie verloren hat wieder geheilt gleich nicht einfach darunter schmeißen von der mauer noch gott das kann auch hey cool hey das von edelweiß aufschießen oh gott oh konta bitte konta rosi na gut jetzt legt sie richtig los jetzt voll auf rosi abgesehen aber hat sie die ganze zeit noch nichts gemacht sie wird die ganze von welken abgeschossen wenn du so weitermachst dann wird nichts das ist ja auch rosi abgesehen also da kommen wir ja und das könnte sogar schon sein oh das 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 nichts das ist erst mal bei kürigen war kür den letzten schlack über der licha und welking genau aber wir sind verarschen oder haben wir so gut gewesen warum da will ich mal so ein kino reifes ende machen dann duckt die sich einfache erwarte neben rosie kannst du es wagen wenn sie verarschen ich schießt allein ich verarschen in den letzten sekunden wieso nicht auf den arm nehmen wie du du bist jetzt bollett im stormarsch warum erster wenn du dich da wieder duxen er soll hat wenn ich verarschen war nicht das hat nicht nötig ich kann sie nicht überfahren was sagt denn na wo dann jetzt mal die einzige mögliche lösung noch ein wie sie auf jeden fall kaputt kriegen ist aber mit dem verkackten flammenwerfer endlich war jetzt so schwer weil sie sogar mit alicia kaputt hauen naja oh immer noch b-rang dann ist eine menge geld ja 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 da war eine mission ja so hätte es enden sollen ja so hätte es enden sollen so hätte es enden sollen Ich weiß nicht, was ich es für mich liebte. Und ich weiß nicht, was ich es für mich liebte. So, ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Ich bin ein Verletziger. Valkyria! Geh! Geh an! Geh! Hahahaha! Hahaha! Tudem und Valkyria umso zu trafen! Herr Schoen! So er hat sich mit dem Begriff und mit dem Begriff zu retten! Hör! Den Schoen, der Schoen ist! Er hat den Angst, dass er mit der Angst hat. Er hat keine Angst vor dem Schoen zu tun. Herr Schoen, Herr Schoen, Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 das ganz will ich mal wir waren hat wetter drecksack so weil kürzer flamme und mal sehen was ist denn diese valkyria flamme genau ja gar nichts ja 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 Was ist das? Das ist das Wart der Welt. Das ist, dass das Leben der最後ige Feuer auf dem Feuer zu erzeugen. Das ist dann, wenn ich das Leben auf dem Feuer erwähnt werde. Was ist das? Was ist das? Das ist das Wart der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Was? 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 Was?